Weißt du, dass du was machst jetzt? Läufst gegen die Wände. Ja, hattest du doch häufig gegen Wände gehen. Macht richtig Spaß. Das ist so eng. Ich liebe das Geräusch von Nägeln im Hals am Morgen. Eine der... Ja, genau. Da bist du raus. Bitte lass uns bei der Kiste spawnen. Ihr spawnt bei mir und ich gehe garantiert zur Kiste. Geht zur Kiste, sofort! Geht zur Kiste. Geht zur Kiste. Geht zur Kiste. Arme Leute wollen bei der Kiste spawnen. Arme Leute, die diesen hier, der als letzter Überlebende übrig ist, verleumdet haben. Stirb. Bitte stirb. Denk drüber nach. Scheiß drauf, Waffe kaufen. Da ist eine Waffe, ich will Kiste. Wo ist Kiste? Da hinten. Kiste. Jetzt könnt ihr jetzt wieder alle Perks anhäufen. Ich bin bei der Kiste, ich bin bei der Kiste! Das fasst. Oh Voyage. Ich bin bei der Kiste. Nee, du ziehst den Teddy, ich fick dich so weg, Mann. Na Teddy. Wenn du den Teddy ziehst. Wenn du den Ray oder so raus. Ohne Scheiß. Nee, das Backstroke, damit kann ich Punkte aufbauen. Geh weg, geh weg, geh weg. Kaffst du dir einmal dann nicht wieder. Ich kasse dich so sehr. Du bist doch so ein Arsch. Dann habe ich eine Waffe rausgesucht. Geil war der eigentlich. Das gibt's nicht. Mit der Explosion von PhD Flopper habe ich einen Zombie umgebracht und der hat einen Nuke gedroppt, die ich dann direkt eingesammelt habe. Das waren fette Explosionen. Wo ist die neue Kiste? Hat noch keine Posi, oder? Nee. Hallo, George. Au! Hat mir weh getan. Hi, Georgie. Die Typen sind echt schnell. Alter. Alter! Knockt mich nicht, die Dreckszombies haben mich geblockt. Ich habe mich an die Wand gedrängt und vergewaltigt. Andi, du blockst! Ich habe selber Probleme! An die Wand gedrängt und vergewaltigt worden. Ich kann euch nicht helfen, das muss auch gewusst sein. Andi, verpiss dich von da, verpiss dich von da! Das geht! Das ist von... Scheiße! Scheiß Fallschaden! Ah, fuck, 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 fuck! Nate! Spring runter! Nate! Sehr geschossen! Alter! Hehehe! Ich habe ja genug Probleme mit meiner Spectra, komme ich da nicht wirklich hingehanden gegen die Zombies! Ah, ich bin eh gleich tot! Komm zu mir runter! Ich krabbel dir gerade entgegen! Ich krabbel dir gerade entgegen! Aber... Ich muss deine Ebene runter! Schade! Keine Munition! Keine Schreie! Ich muss mich die hier retten! Ich muss mich die hier retten! Vorsicht hinter den Zombie! Wurscht! Schaff dich! Danke da! Lauf! Hier wird's langsam eng! Ja, Sarah, du hast absolut recht! Ja, Sarah, du hast absolut recht! Hier wird's langsam eng! Aber nicht für Sarah! Ich muss zugeben! Na ja! So genau... So genau kann ich das nicht sagen! Danke übrigens fürs Wiederbeleben! Du hast mich auch gerettet! Das ist eine Krise! Ah, ich mach die erste beste Waffe einfach! M14 mit reichen! Kiste! Kisten Pose gefunden, Philipp! Die schworen auch so unendlich nach! Das ist unglaublich! Wollen auch das beim Leuchtturm! Ne, die sind am Leuchtturm! Ist noch schlimmer! Das sind ewigst weit! Aber okay! Los! Wir müssen da hin! Double Points! Double Points! Ach, der ist da hinten! Ja, ja, sag ich doch! Oh, da ist Fireside! Ich hab Fireside! Ich hab Fireside! Oh ja! Fireside, mach! Mal abwechseln! Das ist fair! Ja! Mach Fireside, Matze! Ja, ich muss es! Den kommt schon! Und neben was kommt einfach! Du! Oh! Leck, 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 leck! Ich muss nachladen! Kann ich! Lauf halt mal! Das ist eine andere Strecke! Ach, verdammt! Ja! Schlaumeier! Wo soll ich denn hinlaufen? Da, du, über die Brücke! Ja, genau! Und da kommt sie vorne durch mich angekesselt! Das ist die beste Posi da! Scheiße! Ich kann ihn mit dem Tod bringen ja nicht retten! Matze! Das ist richtig! Ich komm nicht hoch! Oh, wir hassen dich so sehr! Ich komm da nicht weg! Matze kann es sehr stark bezeugen, dass ich eine kleine Meute hinter mir habe! Und sie nicht töten kann! Töte die Zombies wenigstens um dich rum! Um dich rum! Die Zombies sind weg.. Dage bleibt ich schon noch, hoff ich doch! Halt es mal zur Matze runter! Oben… vom Leuchtturm! Verschwindet concret! Verschwindet concret! Jetzt rettet ihr mich! Ohohohohoho, an der Knallen.. Ohohohoho, Alter. Auf weiter zur Kiste. Ich hab da ein paar Crawler im übrigen. Ich weiß nicht, wie ich die geschafft oder hab. Äh die sind vom Schiff, die hab ich aufm Schiff erschaffnet. Ah ok das können's erklären. Leergeschossen! Komplett leergeschossen~! Alright, nu komm her, wir müssen runter. Ja, ich weiß.. Euch st�cht, wenn ich tock jetzt geb Picross. Ich hab alle bis auf die Crawler getötet. Ohoooding! Der war so fucking eng. da wir uns noch weiter runter ich will wieder spawnen das glaube jetzt vorerst mal zu halle 8 also dass mich bitte zur kiste na las ja ich habe da ein koppel krisen einzelne körper wo ist die kiste was ist ja auf dass du nicht alles ja ja ich hab den letzten lasse ich schon jetzt gehe ich aus der kiste ich wollte nur noch ein paar punkte jetzt mal dies da oben oder oben auf leuchten nächstes hinterm leuchtturm also müssen wir dort auf kaffee oder aber hier gibt es der tatsache riefen wollte ich gerne hatte da ich meine punkte ich für die tür aus eine munition weil ich will es ist es war ein kreuzes Gürtel im Temponio weil ich das ist es als beobachten und treppel untergeben es ist enger warte auf mich war A ich bin echt stark mach ich nicht sauer was er auf hier unten da ja da ist könnte man rutschen wollen wir rutschen wollen wir gemeinsam rutschen das ist dein geschenktes himmel oh speckle lunch oh oh hallo was du was upgraden steckt was rein steckt was rein was hast du gerade dabei ne was hast du noch ich hab eiskalt mal echt ich speck da rein ich hab hier noch nie geupgradet Was gibt's heute in dem Haus da? Phantom! Uh! Cooles Visier! Da gibt's ne Stakeout, Stamin Up und... Nichts! Cool! Braucht ihr mal Stamin Up? Und nichts! Hier gibt's keine Möglichkeit mehr als vier Perks zu kriegen oder? Doch, natürlich! Nein, Mokko Stamin Up, Brei jetzt nicht unbedingt! Nope! Aber, hier gibt es diesen Charge hier und wenn man den töte, kriegt man alle Perks. Beziehungsweise kriegt man einen Perk und wenn man ihn mehrmals tötet, er respawnt wieder, dann kriegt man irgendwann alle Perks. Alter, wie zur Hölle kann man ihn ganz töten? Jetzt ist er nicht da, jetzt zick ich nen Teddy raus! Tschüss Teddy! Wenn wir alle später abgegradete Waffe haben, dann töten wir ihn einfach. Das kannst du vergessen, der hat unendlich Leben fast! Wie tötet man ihn dann? Es geht schon, aber das dauert einfach viel zu lange! Nein, da gibt's einen Trick, glaube ich, dabei. Wunderwaffe! Das kann sein, nein, das bringt nichts. Wie wär's mit, äh, Todbringer? Äh, wahrscheinlich. Dreimal Todbringer oder fünfmal oder zehnmal? Äh, dreimal reicht nicht, hab ich im Solo schon ausprobiert. Oh. Oh. Dreimal vollen Todbringer, ich bin nur dem Spawn rumgelaufen, hab'n dreimal gekriegt und dreimal voll draufgehalten. Und jetzt, äh, töten wir den Crawler, oder? Äh, jetzt würde ich gerne essen noch, äh... Ja, bitte. Ich will zur Kiste, ich will bei der Kiste spawnen. Ne, bei der Kiste ist viel zu gefährlich für uns. Ja. Äh, die ist jetzt da oben. Ach so. Beim Leuchtturm oben. Noch schlimmer. Viel zu gefährlich für uns. Wo, wo ist die? Äh, der Crawler ist wie Spawners, normaler Zombie. Ich muss ihn töten. Lass es, die arme Kreatur. Wo muss ich hoch nach oben? Da oben auf dem Leuchtturm. Äh, der ist nicht oben auf dem Leuchtturm, der ist vorm Leuchtturm. Ah, vorm Leuchtturm, okay. Der, der Kiste ist vorm Leuchtturm. Der Kiste ist vorm Leuchtturm. Ich bleib bei Marzia mal. Wie vorm Leuchtturm? Wo? Ich glaub, da habe ich höhere Überlebenschancen. Schlechte Idee. Wo ist die Kiste? Dann müssen wir ganz genau dieselben Kreise rennen. Da oben, wo der Lichtstrahl hinzeigt. Mach dir die Augen auf. Oben am Leuchtturm, vorm Leuchtturm, einfach. Okay, ich muss hoch. Ich bin da gerade. Pass auf. Ich lauf einfach mit der Mitte, mit dem Kreis. Hilf mir einfach. Wir müssen, wir müssen, Charles in die Mitte des Kreises locken. Und dann um ihn rumlaufen. Das ist die beste Technik, die hier funktioniert. Ach, da. Zufällige Waffe. Komm, komm, komm. Ray und so. Oh, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Haha, das tut's echt. GL fick dich doch einfach mal. Na, die Kiste gehört von ganz meinem Willen. Das war schon keine schlechte Idee, die Spectre abzutraden. Gibt es hier. Ist echt so toll. Nein, das nicht, aber mit dir kann ich wenigstens schneller laufen. Ah, verdammt. Ich bin echt dämlich heute, Alter. Heute bin ich echt irgendwie zu blöd und fast. Alter, bleibt doch liegen hier. Eindeutig keine Zeit. Immer diese unfähigen Leute, die sich bewegen, wenn man einen revivet. Ach, ich will nicht von dir eingefasst werden. Das wird wieder weg. Oh, das ist immer kärtlich. Aua. Hey, George, wieso bist du aggro? What the fuck? Warum G11 und HS10? Was soll die Scheiße? Haha, trawl. Ach, wir haben Lista. Achso, ich dachte schon. Puff. Hey, das ist ziemlich cool. Hey, das ist ziemlich cool hier oben. Nein, das wäre zu einfach. Das ist ziemlich cool hier oben. Alter, wieso hast du denn auf George geschossen, du Idiot? Ohne Scheiß. Muss das sein. Ich hab ihn auch gesehen. Hört doch mit der Scheiße auf. Ich weiß nicht, er war's. Das macht nur nur Schwierigkeiten. Das wissen wir ganz genau. Er hat auf ihn geschossen. Du auch? Nein, ich hab nicht auf die Zombies da unten geschossen. Du lässt dich aber in den Auen schlagen. What the fuck? Was war das? Hahaha. Die Spectre ist kacke. Auch abgegradet. Vermutlich. Kacke bleibt kacke. Alter. Jetzt kommt die von unten nach oben. Philipp, geh nicht immer down. Nein, hallo. Droppen wir runter zueinander. Leute, das ist jetzt ganz schlecht. Mach nützlich. Es sind alle down außer Amor. Matze, mach dich nützlich. Kann ich nicht. Das kannst du vergessen. Mann, du bist so unnüt... Du hast mal ein Battle. Was hinter dir nachläuft. In dieser Runde bist du der schlechteste Madding aller Zeiten. Das geht nicht, auch wenn ich's versuch. Wenn du kommst schon, dann tötest. Ich hab mich schon die getötet. Mit schlechtester Waffe aller Zeiten. Ich komm dir grad entgegen. Ne, ne abgeradete Arisaka ist wahrscheinlich ne schlechtere abgeradete Waffe. Alter, schau mal seine Punkte an, Alter. Ja, voll der Assi. Voll der Assi? Hallo? Ja? Entschuldige mal. Wir und Not am Überleben. Du hättest locker rauflaufen können, da war keiner. Da war keiner. Und alle laufen mir nach und ich komm nicht mehr runter. Schlaumeier. Das geht schon. Du hättest größer, kannst du weinen. Für das deutsche Volk. Auf Wiedersehen, Tanner. Für die armen Mitspieler. Es ist wirklich armen, weil wir haben nicht wirklich viele Punkte. Fuck off! In die Ecke gedrängt und vergewaltigt worden. Rund 13. Wow! Radios! Ich erfreulich, ob die zwei den meisten Kills. Ey! Ich bin so stolz auf euch, Leute. So stolz. Hey, ich hab nur neun K.O.s. Ich war richtig gut, Alter. Sieben Wiederbelebungen. Ich hab vier K.O.s. Ach, das war ja die grandioseste Aufnahmesession überhaupt. Wir waren nicht mal überall auf der Mappen. Wart mal, wir sind nicht gerutscht und ansonsten waren wir überall noch. Nein, wir waren hinten im Häuschen nicht drin. Doch, doch, da war ich schon drinnen. Ich auch. Ja, ich aber nicht. Gerutscht bin ich nicht. Gerutscht wär ich gerne noch. Aber ansonsten war ich eigentlich überall doch. Ja. Na egal. Es gibt auf alle Fälle natürlich ein Easter Egg Special zu der Map. Und das wird hammergeil. Vor allem seht ihr da auch noch alle höhere Rundenzahlen. Erstens das hoffentlich. Zweitens hoffentlich auch dann alle Bereiche der Map auch bei mir. Normalerweise müssen wir auch überall hin. Aber das seht ihr auch dann schon. Also vielen Dank fürs Zusehen und das sind gerade mal mit mir nur drei Folgen geworden. Ja. Ja. Leider. Ja. Wir könnten eigentlich gleich die nächste Map auch noch mit aufnehmen. Aber ne. Ne. Na gut. Also, danke fürs Zusehen Leute. Ja. Ihr hattet Spaß und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Call of Duty Zombies. Ja. Bye Bye. Ciao. Bis dann. Servus. Ja. Okay. wollte diz. Ja. W пять. Vielen Dank.